Hallo meine Lieben, ich bin wieder beim Grundbuchamt und versuche gerade wieder Leute glücklich zu machen. Aber ein paar Hinweise. Es haben sich ein paar Sachen geändert. Es ändern sich ständig Sachen. Manche ausländische Mitbürger aus dem Iran zum Beispiel können keine Vollmacht mehr erstellen auf bestimmte Sachen. Die Dame steht für mich in der Schlange. Und wir müssen das Grundbuch, die von der Behörde wird, um den türkischen Liraverfall aufzuhalten. Okay, ich mache gleich ein Video, wenn ich draußen wieder bin. Die ist zu laut.